Ja, in erster Linie freuen wir uns natürlich nach dem letzten Jahr erneut an so einem tollen Turnier teilnehmen zu können. Wir sind sehr stolz darauf, auch Teil dieser Gruppe zu sein und das sind unsere größten Erwartungen. Und natürlich, so wie meine Kollegen hier auch, wenn man mal im Turnier dabei ist, möchten wir uns natürlich auch gewinnen. Ja, nach einem Jahr der Präparation und der Qualifizierung haben Sie endlich die Euro unter 19. Also, weil alle Spieler, die Teil dieser Gruppe sind, sind in einem starken Land. Für uns ist es auch schön, hier zu sein und zu haben gute Spiele und zu versuchen, zu kommen wie möglich in diesem Turnier. Guten Tag, wir sind sehr froh, dass wir in der Gruppe zu sein, in der Gruppe zu sein. Die Spieler sind sehr ambitiert, stellen die maximale Herausforderungen. Und es wird sehr interessant, zu beurteilen und zu testen, mit diesen sehr starken Spielen. Guten Tag zu allen. Ich möchte sagen, dass wir uns sehr froh, dass wir in der Katerini wieder in der Garten, in der Katerini, in einem so wichtig und so wichtiges Torneum zu sein. Wir haben viel zu arbeiten, für ein Jahr, für einen großen Torneum zu vorbereiten. Wir haben sehr froh, dass wir hier in der Garten, 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 und die wir sehr sehr gut und die wir uns sehr gut anbieten, und die wir sehr gut anbieten, und die wir sehr gut anbieten, und die wir uns sehr gut anbieten, um die Möglichkeit zu bewerben, um die Möglichkeit zu gewinnen und zu gewinnen, bis zum Ende dieses Torneum zu gewinnen.